Dröhnen schon wieder die Ohren. Das ist immer, wenn ich gefahren bin von einem Auftritt und zurückkomme, dann dröhnen mir die Ohren. Ich komme gerade von einem Auftritt und ich bin noch total geflasht. Ich bin noch total von den Socken, weil das war wieder, das war wieder unfassbar. Vom ersten bis zum letzten Lied habe ich die im Sack gehabt. Versteht ihr, was ich meine? Ich hätte auch, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich könnte auch einen Handstand machen mit den Zehen wackeln und die würden trotzdem ausflippen und klatschen. Es waren 85 Leute und bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, der Hetle, der Hetle macht einen riesen Wind wegen 85 Leuten. Ihr Penner, die haben 12 Euro bezahlt, um mich spielen zu sehen. Macht mal 85 mal 12 und ich war dort drei Stunden. Macht mal 85 mal 12 und teilt es dann durch drei Stunden. Dann habt ihr meinen Stundenlohn an alle Hater da draußen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das war, ich musste das jetzt loswerden. Es tut mir echt leid. 85 Leute sind 85 Leute. Tretet ihr und bringt ihr erst mal 85 Leute. Ich mache mal so und dann müsst ihr es wieder angehen. Mein Licht da draußen? Ne, geht nicht. Egal. Ich habe zwei schon gespielt, so wie immer. Dann aufgestanden, verbeugt, Zugabe, Zugabe, Zugabe. Dann habe ich noch vier Zugaben gemacht. Bin wieder vor, habe mich verbeugt und dann kommt was, was ich, was ja nicht zum ersten Mal passiert, aber das ist für mich immer noch, ich denke immer, Leute, bleibt sitzen. Das kann nicht wahr sein. Bitte nicht aufstehen. So gut bin ich nicht. Ich habe das nicht verdient. Bitte steht nicht auf. Ihr wisst ja, wenn das Publikum aufsteht und applaudiert, das nennt man Standing Ovations, das ist die höchste Ehrerbietung, die ein Publikum einem Künstler geben kann. Und ich weiß nicht, die dachten ja, ich habe es verdient. Ich habe zweieinhalb Stunden muss ich gemacht. Aber ich kann damit nicht umgehen. Ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Das ist für mich, wie ich so sagen, too much. Da bekomme ich so eine Gänsehaut, wenn das passiert. Das Publikum steht auf, wisst ihr, für mich. Die stehen auf für mich. Die Standing Ovations ist so geil. Das ist so hammergeil. Das ist so obergeil. Und das ist genau, für das mache ich es doch. Genau für das mache ich es doch. Wenn du das Publikum zweieinhalb Stunden lang im Sack hast. Und dann stehen die auch noch auf. Dann weißt du doch, dass die zweieinhalb Stunden und die zwölf Euro, die die Menschen bezahlt haben, die... Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich will nichts anderes machen. Ich will Musik machen. Leute, gebt mir eine Bühne. Gebt mir eine Bühne. Gebt mir eine Gitarre und dann lege ich los. Das ist unglaublich. Solche Abende sind unfassbar. Das ist... Dafür lebe ich. Dafür lebe ich. Das ist... Ich will so kalt. Nee. Dafür lebe ich. Für Standing Ovations lebe ich. Gute Nacht.